Absetzbare Kabinen auf Pickups sind eine spannende Option für alle, die für Alltag und Urlaub keine zwei Fahrzeuge vor der Tür stehen haben möchten. Familientauglich war diese Lösung bislang aber nur eingeschränkt. Eine Vier-Personen-Kabine auf einem Pickup zu schaffen, ist bislang eigentlich nur mit den großen US-Pickups möglich gewesen. Tischer ist jetzt der erste Hersteller gewesen, der den XL Amarok benutzt hat. Das ist ein in Holland produzierter bzw. modifizierter Amarok, der um 30 bzw. 60 cm verlängert werden kann. Und da passt nun die bei Tischer bewährte 260er Kabine drauf, die damit im vorderen Bereich vier vollwertige Sitzplätze in der Doppelkabine bietet und vier vollwertige Schlafplätze im hinteren Bereich. Dieses Stück Blech und diese eine Naht, das ist tatsächlich von außen der einzige Bereich, an dem man erkennen kann, dass der VW Amarok hier gestretched wurde. Das schafft eben die Möglichkeit, eine etwas längere Kabine hinten auf die Ladefläche zu setzen. Diese Verlängerung des Radstandes erhöht erwartungsgemäß nicht unbedingt die Geländeeigenschaften des Amarok. Doch sind anspruchsvolle Offroad-Passagen auch nicht die Kernkompetenz des Pickup mit seiner großen Alkurvenkabine, sondern vielmehr das entspannte Reisen auf schlechter Wegstrecke. Der Innenraum hat für Pickup-Kabinen eine recht klassische Aufteilung. Da hat man einmal die Sitzgruppe direkt vor der Vorderwand und oben über dem Führerhaus ist der große Schlafalkoven. Der reicht bequem aus für zwei Personen, ist 1,50 Meter breit und 1,95 Meter knapp tief. Die Inneneinrichtung hat Großserienqualität und Stauräume sind sinnvoll unterteilt. Die Dinette ist mit wenigen Handgriffen in eine zweite Liegefläche umgebaut. Deren Polster sind allerdings etwas dünn. Unter der Sitzbank sieht die Sache so aus. Ich kriege hier gerade eine ganze Menge frische, kalte Luft hinein, denn diese Stauklappen gehen direkt runter in das Blech. Und hier geht es natürlich direkt nach draußen. Das ist der Weg vorbei an der Ladefläche. Denn diese Stauklappen sind dafür da, um hier hinten und dort hinten an die Spannschrauben ranzukommen, die die ganze Kabine gerade auf der Ladefläche halten. Insofern, das ist kein normaler Stauraum, wie man das in anderen Kabinen kennt, sondern das ist die Pritsche, die Ladefläche. Da können zwar auch Sachen verstaut werden, aber nur Sachen, die A kein Problem haben, im Blech unter der Kälte rumzuklötern und B müssten sie so groß sein, dass sie nach hinten nicht aus der Pritsche rausfallen können. Also in einer großen Tasche verpackt. Man könnte hier vielleicht auch einfach einen Stausack ansetzen. Dann kann man das auch als Staufläche nutzen, aber es gehört nicht zur Kabine selbst. Die Nasszelle ist für so eine kleine Kabine eigentlich erstaunlich großzügig. Das hat Tische erreicht mit dem legendären Klappwaschbecken. Das ist nämlich bei Nichtgebrauch an der Wand. Wenn ich es brauche, klappe ich es über die Toilette runter und damit ist der Platz doppelt genutzt. Ich habe dann den Wasserhahn dazu. Das ist gleichzeitig auch die Duschbrause. Das ist also alles platzsparend und clever gemacht. Und bei Nichtgebrauch, zack, ist es wieder verschwunden. Der XL Pickup überzeugt auch durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das Testfahrzeug wären rund 78.000 Euro zu zahlen. Der Einstiegspreis für den verlängerten VW Amarok mit Tishas Trail 260-Kabine beginnt aber schon bei günstigen 63.000 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.